So, herzlich willkommen hier beim Landwirtschafts-Embarator 2015 mit dem Kim Jong Flo, das bin ich, der Smirnoff ist da, der Hidan ist da und der Kater, Kater, der ist auch da. Wie der Milchkarte, den man immer morgens hat, macht der Milch. Ah, der Milch, okay. So, und wir haben jetzt hier sage und schreibe, also beziehungsweise es war eigentlich Hidans Idee, muss man dazu sagen, an unserem Trecker sechs Kipper dran. Vier davon sind schon voll mit Mais beladen. Der Smirnoff und der Kater holen Bäume hinten aus dem Wald raus, beziehungsweise am Sägewerk. Und dafür haben wir schon das letzte Mal festgestellt, es gibt richtig Kohle für sowas. Und jetzt versuchen wir mit den sechs Kippern hier, um was abzuladen hier. Also er fährt noch, muss man dazu sagen. Du bist auf die falsche Stelle gefahren zum Abladen. Wie, auf die falsche Stelle bin ich gefahren. Wollst du nicht das Zeug abladen oder willst du das mal alle voll machen? Ich meine jetzt alle voll. Können wir den ultimativen Test machen, du kannst mir ja nochmal folgen, da zeig ich dir mal an der Stelle, wo du versuchen musst hochzufahren. Ihr Kater, so belädt man heutzutage einen Baum. Man fällt ihn so, dass er gleich hinten in den Anhänger reinfällt, kann man gleich wegfahren. Besser geht's gar nicht. So, jetzt haben wir 51.000, das kriegen wir normalerweise in einem Hänger mit, aber wir haben jetzt sechs Kipper. Gut, auf geht's. Fahren wir einfach mal Vollgas hier. Ich hab ein bisschen Angst, um die Kurve zu fahren. Aber... Sieht gut aus. Sieht gut aus, ja. Ja, bis rum. Sehr gut. So, jetzt kommt der erste Praxis, das Versuch, einfach mal die Straße nach unten zu fahren. Ja, ich hab ein bisschen Angst, ey. Also ich sag mal so, wo ich's mit vier Kippenö3 gemacht hab, ist einer seitlich zum Schluss den Berg runtergefahren. Ja. Merkst du schon, wie sie schieben? Ja, ich merk, wie sie schieben. Ich brauch fast gar kein Gas. Oh mein Gott, du musst nur noch schnell machen. Ja, die drücken ganz schön, ey. Aber ich schaff's jetzt. So, ich gibt jetzt Vollgas hier. 66. Ich überhole dich. Das ist ja kein Wunder mit der Anschriebskraft da hinten dran. Alter, du gibst Vollgas, ne? Ja, du musst jetzt gleich hier rechts runter. Ich muss hier rechts runter. Ja. Dann bremse ich jetzt mal. Hm, bremsen funktioniert aber gut. Ja. So, jetzt fahren wir hier mal. Aber bremsen und lenken dabei, das wird schwer. Ja, stimmt. Ja, aber er hat alle rumgezogen. Ich glaub, der Letzte hat nicht ganz... Doch, der Letzte hat auch gezogen. Hier musst du auf jeden Fall einen großen Bogen nehmen, weil du hier über die Brücke musst. Oh, oh, oh. Achso, ja, mach ich mal eben. Auf jeden Fall schlingern sie jetzt schon ein bisschen. So. Jetzt gucken wir mal. Dann musst du hier links versuchen, den Berg hochzukommen. Ja, super. Das sagst du mir jetzt, ne? Links den Berg. Okay, ach du Scheiße. Also, ich bin bis mit drei Kilogramm mit dem Traktor bis hierhin gekommen, wo ich jetzt hier stehe. Ja, ich komm gar nicht rum hier. Ja, also da hätte ich gedacht. Ja, jetzt könntest es... Ja, das ist sehr eng. Keine Gute. Warum bin ich auf jeden Fall gekommen mit drei, vierter Dinger in der Ruhr. Berg dann selber und nicht mehr hoch. Was? Okay, der ist von nebengefallen. Komm mal rumgefahren, da kann ich vielleicht von der anderen Seite mal ein bisschen einschlupsen, damit sie rumkommen. Ja, der Baum ist hier im Weg ein bisschen. Den musst du selber ausreichen, ich kann nur von hinten helfen. Gucken, wenn ich jetzt hier runterspringe, wo komme ich denn da raus? Weiten Ansichten siehst du es nicht. Ah, da jetzt. Ah, keinem Platz. Ich weiß nicht, ob ich hänge mit irgendeinem. Ja, du hängst, warte. Warte, fahr einfach gerade aus. Ich versuch's. Aber... Gebst du mal rum? So, jetzt musst du mal Gas geben noch. Ich hab mich irgendwo festgefahren, auf jeden Fall. Jetzt zieh ich hier aber. Wie viel hast du noch, wie viel Geschwindigkeit? 3 kmh. Ich glaub nicht, dass du das schaffst. 1 kmh. Du hängst nirgends, was sag ich dir gleich. Und es sind noch nicht mal alle Kippe auf der Schrägen. Ja, schade, ich schaffe es nicht. Schaffst du es so rückwärts, wo drunter? Oder kann ich den ja anhängen? Das wär jetzt cool, wenn ich den von rückwärts anhängen kann und du ziehen kannst. Gerade. Nee. Versuch mal dein Glück mit dem rückwärts runterfahren. Ja, Witzball. Warte, ich kann mal versuchen, von hinten zu schieben. Das kannst du versuchen, ja. Also, wir sehen schon, wir kommen zusammen mit 6 Skippern generell, kommen wir klar. Oh ja, schieben hilft, schieben hilft. Schieb, Junge, schieb, 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 schieb. Ich bin da hier oben. 4 kmh. Glaubst du auch noch? 4 kmh. Ja, das schaffen wir. Jetzt ist der letzte Kippe auf der Höhe, ja? Ja, und ich habe 2 kmh. Ich bin gleich oben hier. Du schaffst das schon, du schaffst das schon, du schaffst das schon. Welche Lok war das nochmal? Dumbo. Dumbo, ja. So, 3 kmh. War noch 3. Ich bin gleich oben. Und jetzt muss ich, ich muss nochmal nach links fahren, ey. Dann bring ich dich um. Du musst nochmal nach links fahren, ey, wo hins? Ne, wir fahren jetzt... Ich weiß gar nicht, wo wir das hinschaffen sollen, in Mais. Ähm, musst du nicht zur Reederei? Ich guck mal schnell, warte. Du bist ja jetzt über den Berg drüber. Ne, er muss zum Transport, ich muss da hin, soweit ich weiß. Wohin? Zum Transport. Mais, mal gucken. Räderei, Transport... Ja, das ist doch Transportfirma, mal gucken, wo ist denn die? Ganz rechts oben auf der Tarte. Ja, ringsherum um die Straße, darum. Genau, folgst einfach der Straße da. Ja. Na, jetzt seh ich jetzt auf der Straße drauf bin, dann können wir am Sägewerk nochmal kurz vorbeifahren, damit die Jungs das nochmal sehen. Damit die Zuschauer nochmal sehen, was wir hier mit denen... Was wir nochmal machen, warum wir so viel Geld verdienen die ganze Zeit. Oh, da sind bloß keine Bäume mehr an der Nähe. Wir können doch einfach welche pflanzen. Der Sokrat hier, weil es einen Baum... Warum gibt's denn nicht so eine scheiß Seilwinde, ey? Das wird auch viel geiler. Seilwinde. So weit weg, dass ich nur noch die Kipper leer sehe. Ja, die Kipper haben mich noch gerade überholt fast. Ich dachte, die sind gefährlich. So, wo ist denn jetzt hier das Sägewerk? Moment. Ja, jetzt einfach rechts. Kannst du einfach runterspringen. Einfach runterspringen ist gut, erst mal muss ich um die Kurve rumkommen hier. Hast du auch genug Platz? Also ich glaube, wir können sogar noch zwei mehr dranhängen. Du brauchen auch einen größeren Traktor zum Schieben. Ja, stimmt. Da brauchen wir ja schon in New Holland. Oh, da komme ich nicht hin. Wo kommt ihr nicht hin? Ich komme doch hier schon. Wo seid ihr denn hier? Ach, da hinten seid ihr. Ich gucke einfach auf der Straße, glaube ich. Das sieht cool aus, die Hänger. Das ist episch. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt macht die Warmblinganlage an. Warte. Warmblinganlage. Guck mal, was wir da drauf. Toll. Was? Wir haben eine Hochzeit hier. Wieso laufen eigentlich so viele Menschen rum, ey? Paulus, was geht da anstellen? Oh oh, bitte spring mal erst schnell in den Traktor rein. Den ich bin. Was? Wo? In den Traktor, den ich bin. Dann springt man da rein. Ja, kann er. Ich bin gerade beim Deutsch springen. Ah, hier. Alter, wie hast du das denn geschafft? Oh mein Gott, die Räder drehen durch. Nicht wegfahren, nicht wegfahren. Nur halten. Ja, hätte ich das nicht gefahren, wärst du rückwärts runtergerutscht. Ich muss irgendwie den Baum da aus dem Puffer herauskriegen. Ja, wir haben ein kleines Problem. Rechen. Ich muss über die Brücke rüber. Oder? Ja, ich muss über die Brücke rüber. Wie soll ich das denn mit den sechs Hängern machen, ey? Ah. Gucken wir mal, ob ich das schaffe jetzt hier. Also die Probleme, die Probleme ist täglich im Land. Warum bist du jetzt auch bei der Brücke wieder hingefahren? Weil ich zum... Es gibt drei andere Brücken, die ordentlich funktionieren und falsch um 13 und du fährst die kleine Kurvebrücke mit der riesen Kurve drin. Ja, das könnte ein bisschen eher... Warte, kann ich ziehen? Ja, versuch mal zu zielen. Komm schon. Scheiße. Verdammt. Warte, ich versuch mal oben den Acht zu nehmen. Dünn? Ja, ne, dünn. Glück zurück. Mist. Jawohl, okay, warte. Ich glaube, einer muss gleich drücken von hinten, sonst komme ich hier nicht mehr rum. Ja, ich muss gerade Smirnoff hier retten, dass er nicht gleich schwimmen lernt. Jungs, was macht ihr denn da, ey? Ich versuche gerade den einen Baum hier raus zu geben. Er hebt den Baum raus, der ans Wasser gefallen ist, während der Anhänger, mit dem er hebt, fast auch im Wasser hängt und der Traktor so kratzt und auch bei der Kante steht. Ja, ja, nein, nein. Dann. Oh, das war, glaube ich, zu schnell. So, jetzt versuch mal. Versuch mal, äh. Also, unser Konvoi ist fast länger als die Brücke. Ja, versuch mal den dünnen Ast am besten, irgendwie. Ah! Soll ich nochmal komplett rausfahren und langsam riecht was dran fahren, oder? Nee. So, hier ist der Kran. Können wir da einfach nicht Benzin drüber kippen? Im Wasser. Schön. Geht mit Kerosin. Kerosin wird unter Wasser auch nicht weiter brennen. Nein, aber auch im Wasser. Das Ding schwimmt ja. Ach so, ja, dann. Ach, leck mir doch die Füße, ey. Ich will den mittleren Ast jetzt nicht den kleinen Foto. Nein, der will einfach nicht. Ich habe es geschafft, aber jetzt glaubt ihr nicht, ich bin rumgekommen. Tja. Wird ihr ernst gemacht? Jetzt habe ich aber ein bisschen Angst, dass ich in den Berg nicht mehr hochkomme. Kommt, was soll ich denn jetzt abdecken? Ich sehe hier nichts. Hm, schön schmutzig das Ganze, der ganze Träger hier. Können wir das nicht auch ein Biomasseheizwerk einfach abladen, den Mais? Nee, ne? Keine Ahnung, muss ich mal gucken, wo es Geld dafür gibt. Warte. Gucken wir mal. Lagerbestand, nee, doch, Lagerbestand. Keiner Mais. Reederei. Ich hätte das auch bei der Reederei abgeben können. Winden, aber weniger gewesen. Ja, stimmt. Güterbahnhof, nee, Keiner Mais. Ich glaube, Transportfirma bringt schon am meisten. Das ist ein radikal, die ganzen kleinen S abgesägt, erst mal. Nee, kann ich nicht, schade. Ja, dann bringen wir es, dann bringen wir es da hinten hin. Hier ist ein schöner Blinker links, jeder einzelne Wagen hier. Ja, das sieht doch schön aus hier, wunderschön. Aber es ist lustig, die Kamera reicht nicht bis zum Ende. Also die Rückfahrkamera. Oh, jetzt gibt er Gas hier. Jetzt geht es auch bergab. So, ich glaube, das müsste jetzt reichen, oder? Problem ist, ich komme mit dem Traktor nicht mehr vorwärts. Nein! Er zerstört jetzt. Ja, außer du, ah, bewegt mal weiter. Ich habe nämlich keinen Kripp mehr irgendwie. Warte, wir suchen zwar Postensrücken. Ich kann mal unseren Kredit abzahlen. Das hat funktioniert. Alter, wo holst du jetzt überhaupt hin, genau? Ich versuche mal runter, ich versuche mal den kleinen abzukriegen. Weißt du das? Kommt noch hoch? Du hast mal das zu greifen. Du hast mal das Wichtigste. So, wir sind übrigens jetzt schuldenfrei, ne? Oh! Habt ihr gut gemacht, ihr kleinen, fleißigen Helfer von Kim Jong Flo. Flo-den. Kim Jong Snowden, genau. Flo-den. 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 Mr. Flo-den. Boah, wir haben ihn auf jeden Fall. Also wir brauchen, glaube ich, noch den anderen, den Buffalo. Einer muss jetzt noch den Buffalo nehmen. Versuch mal, kannst du deinen Arm wirklich heben, noch? Okay, wenn du mich hebst, ziehst du mich nach hinten. Kannst du mal nach unten drücken, in der Hoffnung, dass ich mit dem Kripp... Oh, ja, das... Oh, oh. Ah, verdammt. Haben wir keine Amphibienfahrzeuge, ja? Okay, mal tauschen, soll ich mal versuchen? Die kommen dann in 2017. Kommen die dann. Oder ich versuche, nochmal kurz den Dicken zu nehmen. Ach, stopp, ja? Ein Stück nach vorne. Weiter, weiter, weiter. So, jetzt. Laden wir mal schön ab. Geht doch gut aus. Hast du ihn? Ja. Nee. Meine Kralle ist zu klein, würde ich sagen. Glaub ich auch. Probier mal den anderen. Probier doch mal einen Buffalo, ich versuche irgendwie mit dem Mew Holland an der Seite. Das hier, der Buffalo. Gelbe Ding hier meinst du, oder? Ja. So. Ja. Der Riesenkonvoi wird fleißig entladen. Ich will gerade sehen. What the fuck? Wie stehe ich denn hier? Oh, nein. Gibt auch ordentlich Kohle dafür. Oh, fuck. Versuchst du da den zu rammen, oder? Ich kann nichts sagen, aber das sieht so falsch aus. Ich versuche zumindest mit es hochzuheben, dass wenn du dann hoch hast. Nein, ich meine jetzt eigentlich ich, wie ich es darstelle, versuche gleich es hochzuheben. Ja, eigentlich müsste mir gleich entgegengerollt kommen. Ja. Vor allem, ich stehe ja auch sehr prickelnd da. Ich meine, der linke hintere Reifen hebt schon ab, aber passt. Ich bin schon tief genug. Nee, nee, du musst auch viel weiter. So, jetzt können wir auch lustig im Kreis fahren hier. Das funktioniert jetzt sogar. Naja, fast. Immer noch nicht ganz, aber... Ich muss ich denn noch... Ja, jetzt... Ja, passt. Helft mich. Aber was ich mal probieren könnte... Ich könnte in einen Ast hier absägen. Sobald du ihn fest hast, kann ich wegen... Aber ich versuche mal den dünnen Ast zu greifen. Ist es aus? Na, kann ich noch dran? Ja. Greifen. Nee, nur ein bisschen rüber. Nach links muss ich. Sobald den hast, säge ich ihn ab. Kamera ist bescheiden. Anser. Mach sie zurück. Man bräuchte hier diesen No-Kollisions-Mod für die Kamera. Boah. Ach, muss ich springen hier. Ja, das ist... Ja, okay, warte. Perfekt. Nee, leif, 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 leif. Verdammt. Greif gerade noch mal so, dann säge ich ihn ab. Dann haben wir wenigstens den schon mal draußen. Das ist aber die einzige Stimme, die ich greifen kann. Und die willst du nur wegsägen? Ja. Wow. Leichter. Was hat denn der Helfer auf Feld 38 eigentlich gemacht? Der hat abgeahndet. Ah, okay. Dann ist der... Entweder ist er voll. Versuch mal, weiter hier oben zu greifen. Was hat denn der geerntet? Mais, ne? Mais. Noch ein bisschen passend waren. Ja. So. Dann sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bei dieser kleinen Zwischenfolge. Mit dem Megatrailer. Und wenn das Video euch gefallen hat, liked uns, abonniert uns. Ja, passen. Teilt uns. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Also, auf geht's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Yo. Tschüss, tschüss.